Bäm, weggepächt Wird für den Anfang reichen, oder? Drei 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 Ich hatte vorhin fünf Ja, warte mal, ich habe noch welche Warte Äh Ich mach schon, warte, 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 warte 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 Unzufriedenlust mache ich jetzt Schaufeln Aber bitte nicht so viele Ich mache jetzt Schaufeln Oh je Okay Wird bestimmt das ganze Inventar voll Ich mache jetzt Schaufeln Oh Hilfe Okay, wir flach jetzt übrig Penny, ich will nicht mehr Bitte schön Hilfe, warnt das? Mein, mein, äh, Ding macht voll Okay Dein Inventar? Ja Echt? Ja, ich habe jetzt noch ein paar Schaufeln für mich, sonst können wir botteln gehen Gott Wir gehen jetzt botteln Äh Ich lass mal ein paar Schaufeln hier drin Äh Da ist ein Loch Ja, da habe ich vorhin Kohle abgebaut Achso Na, Gott Ich hole den Baum wieder rauf, mein Gott Ich bin bestimmt Beständig zu nubig, oder? Und zu faul LOL Ich weiß ja nicht, aber ich bin schon lange am Arbeiten, du kommst zu spät Ich werde mir von dir was sagen lassen Puh Puh Näh Näh Es gibt eine Strafe Einmal, einmal Outlast spielen Oh, bin ich, ich heiße nicht, ich heiße nicht, ich heiße nicht anders Das Nebenprojekt Das Nebenprojekt Das Nebenprojekt Sie sind drei Nebenprojekte Ja Und das Nebenprojekt geht dann, weil sie sich 200 folgen Klar Oh Gott Oh Gott Okay, ich glaube ich sterbe jetzt Dann komm doch heim Ein Herz Mh Alte, Jonas Mh Oh, ich binne Okay, ich bin nicht aus, gewinnigst aus der Höhle raus Wisse, weg da, weg da, geh weg Oh, komm schnell zurück, es wird eklig wieder Nacht Nein, da ich heißen Mh Alter Wieso lege ich eigentlich mein Schwert nicht auf die 1? Es, keine Ahnung Ich hab mein Schwert immer auf die 2 Ich auf die 1 Ich auch immer auf die 1 Auch immer auf die 1 Nein, auf die 2, weil da komm ich besser hin, da komm ich von W gleich nach oben Du zockst wirklich mit Niemand zockt mit WRSD Ich mein Ich zock nur mit der Maus, hab alles auf die Maus gelegt Das zeigt mir, wie viel Hotkeys die hat Ähm Gibt welche mit zu viel Ja Zum Beispiel von Er hat nen Körper von mir ein Aber du musst gar keine von den Äh, von den Hotkeys Du nutzt ja überhaupt gar keine Aber er hat so ne Maus Wie spaßt Ich hab Messern da bei MW2 Hab ich auf nen Hotkey Aber sonst auch nix Was Müsst du dir ne neue Maus kaufen Paddy, weißt du, dass der Stein nachher viel schlimmer wird Äh Warte, 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 wie viel müssen wir da da einebnen, Alter Ach du Scheiße Ja die, die Reihe hier noch Dann, also ne Ja doch, können wir eigentlich lassen, dann machen wir da oben ein bisschen was Höheres Dann können wir da zu spielen, ja keine Ahnung Lager oder sowas machen, also Ja zum Beispiel Ja Dann müssen wir das nicht ins Rathaus rein tun Ja stimmt Kann eigentlich von euch jemand in eine Einrichtung, also ich nicht Äh, ja Okay, gut Das wird nix Was kannst du überhaupt Oh, ich hab glaub'n Höhlenausgang gefunden Yeah, jetzt kommt's nach Hause, ey Ich find' bitte ne neue, ich sag's dir Der kommt eh nicht nach Hause, ich sag's dir Da hat's 300 Folgen in der Drecksöhle drinnen Oh, ich kann nicht mal atmen Scheiße Schwimm hoch, Alter, schwimm hoch Ach Ah, drei Herzen Ey Ich hab' ja so ein Glück, ne Sonst hat das nirgends, wo es auf einmal Ich sterb' einfach fast immer Nicht nur fast, du stirbst immer Ey, das sind schon wieder neue Schweizer Oh neee Oh neee Diesmal nicht meins Oh neee Uff Ja, er sieht's ja nicht Na klasse, der ist Ne, das steht bloß Kickbrain Operator Ich hab' jetzt Mhm Ist ja langweilig Nein Ja, wenn er noch ne ne Ein Grundrein geschrieben hätte, dann hätte ich's gesehen von wem Ha! Als ob ich da ein Grundrein schreib Steht da eben nur im Chat drin oder so, oder ich hab' auch, ist auch nicht eine Aufnahme oder so, ne Nö Nö Alter Hast du halt verschissen, Janis, ne Äh, Jolands Sorry Ich entschweige mich für diese Beleidigung Ha! Ha! Vorher War so viele Schweine hier Ich hab' noch ne größere, das ist ja jetzt nicht Ha! 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 Das muss ich dir sagen Warte, das schick' ich dir kurz im T.S. was noch ne größere Beleidigung wär' Oh! Ich will auch wissen Ne Oh, Schade kennst du nicht ja, den kennst du gar nicht warte so, ich fühl mal auf ach, man Jonas, komm heim ja, ich kletter grad auf den Berg rum oh Gott ich seh's jetzt schon äh, viel aus großer Höhe mhm ne, ich spiel, viel der Schwerkraft zu Opfer heißt das jetzt seit der, was sie sich waren, seit der 1.6 hit the ground too hard, ganz einfach ja, wir mussten auf englisch spielen haha, wir spielst du bisschen auf deutsch ohne Witz da sind viel geilere Sprüche hier drauf haha, ich hab ne bessere Sprache AHHHH, DAS IS AIN CREEPER DAS IS AIN CREEPER DAS IS AIN CREEPER oh, sorry das ist auch eine Tarnung von Lisa's Texture Pack, also von den Creepern ALTER ist richtig geil, ne äh, wo seid ihr? oben auf dem Berg ja toll, hier hat's viele Berg äh, wo kann man jemanden den Scheiß Schnee ausmachen? 3 Creepers sind da drüben äh, vorm Schnee mach den Schnee aus komm mal darüber wo? ach, da sind sie auf hey, sag mal Koordinaten, oh Skelett, hallo oh, oh, oh oh, oh was macht ihr? nein, er hat mich versaut hallo, Koordinaten, hallo, hallo, hallo ich auch, ich hab ein Herz geh zum Spawn, äh, Koordinatensinn lol, legt das? nein doch, ich bin dumm ne SKILLETT ey, wie die S те du den AIMBot dringern oh, oh lauf oh, 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 hallo, hallo hallo Minus 160 kann ich nicht mal gescheit sagen ich war mir war im Kampf oh je ich bin bei plus 40 warte von welcher Richtung kommst du dann? so du dich mal interessiert ähm von der hier ach shit und das ist bei der Z oder? ich glaub von entweder kommt er von der oder von der anderen Richtung oh creeper hallo creeper oh 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 wasch tot geht von Kroon weg Jonas wenn du das nicht kannst ja ich bin auf der Seite der kann nicht gescheit kämpfen oh mama ok Minus 160 ok bin gleich da äh 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 Sag mir da 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 Hey guck mal rüber guck mal rüber Wo bist du? Da oben irgendwo Wo denn? Sieh ich mich nicht? Nein, wo siehst du mich? Nee, aber ich seh euer Dings, das Eingeebnete. Okay. Oh, Skelett, schnell weg, schnell weg. Hast du einen Enderman angeschaut? Nö. Nicht, dass ich weiß. Oh, hat er mich... Oh, oh. So. Patti, sag mal, wo bist du hin? In der Baum. Warum bist du in dem Baum? Bin, ne. Aua. Jetzt guck mal in den Berg hoch, guck den Berg hoch, guck den Berg hoch. Welchen? Welchen? Ach da. Oh, mein Gott. Jetzt sterbe ich noch. Alter, Patti. Patti, ich hab ein Herz. Sorry. Ich würde dich jetzt zu gern schlagen. Richtig auch. Ich muss mich fragen, wie viele Sachen spawnen da oben, bitte. Zu viele. Ähm. Oh, der Teichenschaufel, der wird sofort verprügelt.